Hallo, ich bin Nikolaus Rupp, Ratio Farm Ulm, Director Marketing. Ich bin Alumni an der Makromedia und in der Zwischenzeit für den Basketball-Bundesligisten verantworte ich die Bereiche, die Kommerationalisierung bedeuten, also Sponsoring, Ticketing, Merchandising und Kommunikation. Sport hat vor allem den ganz besonderen Effekt, dass es Leidenschaft und Arbeit miteinander sehr, sehr gut verbindet und man dadurch unheimlich gerne zur Arbeit geht und diese Bereiche verschwimmen und man da natürlich unheimlich viel auch selbst wirklich mit beitragen kann. Der Studiengang hat mir gebracht, das was mich bis heute auszeichnet, Innovationen oder offen für Innovationen zu sein, meinen eigenen Weg zu finden und immer ein Stück weit auch am Puls der Zeit zu bleiben.